Ich geh kurz aufs Klo, du hast die Verantwortung. Ich bin sieben, aber okay? Ein Kaffee. Zwei Kaffee, drei Kaffee. Jetzt gib mir den Kaffee, beeil dich. Ist ja gut, aber sie müssen warten, bis die Kaffeemaschine fertig ist. Und du kannst nicht dafür sorgen, dass sie schneller macht? Doch, ich frag sie kurz. Lustig. Hier. Danke, tschüss. Sie müssen doch bezahlen. Nein, ich bin der Mann der Chefin. Nein, danke, ich hab schon einen Papa, also sie können trotzdem gerne Kindergeld bezahlen. Da investiere ich lieber in mein blendendes Aussehen. Da haben sie recht, das braucht das Dringende.